Hallo, wir befinden uns jetzt gerade in Kutaissi und hinter uns sieht man den Springbrunnen. Das ist der Springbrunnen, der an die Geschichte von Medea und den Argonauten erinnert soll. Kennst du die Geschichte? Nein. Oh, das ist wirklich peinlich. Also die Argonauten, das war eine Truppe von griechischen Seefahrern und die zogen aus, um das goldene Vlies zu finden. Ach, das goldene Vlies. Genau, und sie haben es hier in Kutaissi gefunden, was das mythische Kolchis sein soll. Und auf diesem Springbrunnen, die ganzen Figuren, die sind auch Nachbildungen von Fundstücken aus dem keuchischen Goldschatz. Ja, und natürlich, wie war es, das Vlies wurde gestohlen. Nein, von wem? Ja, eigentlich von den Argonauten, aber sie hatten Hilfe von Medea. Medea hat sich natürlich unsterblich verliebt in Irson, den Argonautenführer. Und dann sind sie zusammen abgehauen nach Griechenland. Aber es nahm ein ganz böses Ende für Medea. Okay, hier nochmal ganz kurz eine Ansicht auf den Brunnen und hier zwei grüne Menschen aus Polen.